Darf ich vorstellen, drei der besten Agenten unserer Zeit. Im Moment sind sie in geheimer Mission unterwegs. Sie haben den Auftrag, Hightech-Geräte zu stehlen und dies auf ihre Tauglichkeit zu testen. Im Einzelnen sind sie auch bekannt unter den Namen Felix die Abrissbirne, Martin Elastics, und Simon der Pfeiler. Musik Untertitelung des ZDF für funk, 2017